Ich weiß, Sie haben es eiligt, Sie müssen zum Flugzeug. Ganz kurzer Eindruck über Salzburg und Ihren Ritt. Also das Turnier hier in Salzburg ist wirklich außerordentlich schön. Die Stadt alleine und aber auch hier die Bedingungen für Reiter, Pferde, tolle Zuschauer. Nochmal vielen Dank an den Sponsor, dass er sowas überhaupt möglich macht. Und wie gesagt, mit den perfekten Bedingungen hoffe ich, dass Salzburg auch eine Location für den Weltcup bleibt und ich komme sehr gerne wieder. Das wäre ja meine Abschlussfrage gewesen. Herzlichen Dank und guten Flug. Sehr gerne. Vielen Dank.